hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von stronghold crusader ja roter himmel version 39 roter himmel was ich gesagt wir hatten im letzten part ganz schnell einen abbruch denn ich muss ganz schnell aufm klo ich habe es weiter laufen lassen ihr seht schon an gold und glaube ich so ungefähr 300 auf 1000 also ein bisschen gold gesammelt ich weiß nicht ob irgendjemand noch mal angegriffen hat aber ich sehe gerade hier blau bereitet sich vor für einen kleinen angriff ist vollkommen in ordnung ich würde sagen mir entpausieren und setzt das ganze mal fort was mir aufgefallen ist auch wenn ich jetzt ein paar feuerballisten holen brauche ich ja dann quasi auch noch nötigen gold ähm verschildert ja komm 22 waste ich einfach mal hier hinein die waste ich einfach mal hinein die waste ich einfach mal hinein die waste ich einfach mal hier nicht so wir wollen euch jedenfalls sehen Wir stehen zu dienst. Wir stehen zu dienst. Ich weiß nicht was die Menschen hier gemacht haben. Wir sind endlich mal der größte Hafer. Ihr könnt das nicht dort platzen, mein Lord. Es läuft auf jeden Fall verdammt gut. Ihr steht so. Ihr könnt also zurück... Schild bereit, eure Lordschaft! Schild wird neu positioniert! Seid begrüßt! Vorwärts, Männer! Wir sind bereit, eure Lordschaft! Schild bereit, eure Lordschaft! Wir folgen euch, Herren! Und los! Einer für alle! So! Wir stehen zu dienst. Schild bereit, eure Lordschaft! Was wünscht ihr? Vorwärts, Männer! Schild bereit, eure Lordschaft! Seid gegrüßt! Schild bereit, eure Lordschaft! Ob das klug ist? Wir sind bereit! Balliste! Bereit, my Lord! Balliste! Bereit, my Lord! Balliste! Bereit, my Lord! Ein erträglicher Auferlust! Schild bereit, eure Lordschaft! Eure Lordschaft! Schild bereit, eure Lordschaft! Ihr zuerst! Wir stehen zu dienst! Was wünscht ihr? Schild bereit, eure Lordschaft! Der Tod schreckt mich nicht! Seid gegrüßt! Schild bereit, eure Lordschaft! Wir sind bereit! Schild bereit, eure Lordschaft! So! Eure Lordschaft! Wir folgen euch, Herr Freund! Wer rastet, der rastet! Die schwarzen Menschen, ich komm auch mal mit! Wir stehen zu dienst! Ich gehe mal zurück! Schild bereit, eure Lordschaft! Was wünscht ihr? Und los! Und los! Spürt meine Klinge! Ja! Der Herr ist allgegenwärtig! Balliste! Bereit, my Lord! Seid gegrüßt! Ich sehe den Weg nach uns zählen! Ich sehe den Weg nach uns zählen! Wir könnten ja schon mal langsam angreifen! Wir sind bereit! Schild bereit! Eure Lordschaft! Eure Lordschaft! Eure Lordschaft! Einer für alle! Schild bereit! Schild bereit! Eure Lordschaft! Schild wird neu positioniert! Schild! Eine Botschaft! Eine Botschaft! Diese Ländereien sind mein! Ich reiß euch die Zunge! So! Jetzt oder nie! Jetzt oder nie! Egal ob die... Eine Botschaft! Ich glaube das hat dich gewonnen! Ja! Wenn du dein mal kührendes Lied hören kannst! Das wird ja sehr schön! Ah gut! Der hat gar keine Chance gehabt! Ich bin... Ah! Der Templer! Okay! Gut! Wir sind bereit! Es werden Rekord! Es werden Waffen sein! Seine Hälfte! Hier kann doch uns zählen! Wir sind bereit! Wir rücken ab! Keine Ahnung was ich damit vorhaben soll! Ähm... Aber ich glaube ich kann jetzt noch mal ein bisschen mehr Holz bekommen! Oh! Ich krieg nichts! Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig! Ich seh das erst jetzt! Alter! Wie viel Holz ich einfach mal so bekommen hab! Ja gut! Äh... Ich bekomm einfach ganz schön viel... Eure Lordschaft! Wir werden überfallen! Die schwarzen Mönche sind bereit! Mit Gott! Wir folgen euch Herr! Und los! Ja mein Freund! Näh... Die gehen erstmal hier zur Verteidigung! Einer für alle! Wie kann ich helfen? Okay, wenn ich jetzt schon Holz bekomme... So was von extrem viel... Dann läuft! Es werden Rekruten... Ich werde einfach jetzt erstmal... nochmal ein paar... Leute herholen! Wenn ich dann Hopfen bekommen soll! Äh... Moment! Hopfen hab ich! Oh! Geht gerade! Ja, mein Korn war schon weggemacht! Korn! Und ja, da war ja was! Äh... Und... Oh! Und was ich noch zu sehr... Hier meine Steintritt kaputt gemacht! Haha! Ha! Toll! Bin zur Stelle! Benötigt seier! Habt ihr fein gemacht! Solange ich jetzt... Äh... Nahrungsüberschraub... Plus noch Holz... Plus noch Kies... Das und jenes... Bin schon heilfroh... wir benötigen holz erstmal so viele holzfäller wie nur nötig dran holen ich brauche ja holz umso mehr holz ich hab das für uns nicht einmal mitgekriegt wahrscheinlich hatte ich schon und ich hab das nicht einmal mitgekriegt genauso wie dass meine eisen weg sind es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten ich hab das nicht mitgekriegt ja moment dann könnte ich ja quasi jetzt schon wieder wir benötigen holz ja okay holz ist ja kein thema das holz wirklich reinkriegen bin zur stelle es werden wir werden überfallen wir sind bereit wir benötigen holz holz ganz dringend aber sobald die bierproduktion startet ich hab ja viermal dinge also wir schenken ballisten ihr seid der zweitgrößte herrscher auch mal es werden rekruten benötigt sind zur stelle auf dem weg ein guter marsch konstruieren belagerungsgeräte wir benötigen mehr gold wir benötigen mehr gold oh mein gott nein ballisten wir sind bereit ich habe ich jetzt sehr viele einheiten da unten rein gewählt was wünscht ihr rücken aus aber zack zack ja werde ich mal ich werde es jetzt hier kommen ja auch noch mal ein paar rein oder raus das problem ist die machen ja nicht lange mit was wünscht ihr unser werkzeug ist belagerungsgeräte bemannt ballisten bereit gebt uns eine aufgabe die können wir helfen Euer Gnaden? Balliste! Bereit, my Lord! Balliste! Bereit, my Lord! Was soll konstruiert werden? Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord! Schild bereit, eure Lordschaft! Wir sind bereit! Ist hochgekurbelt! Eure Lordschaft, wie kann ich helfen? Wir folgen euch, Herr! Der Herr ist allgegenwärtig! Wir stehen zu dienst! Wenigstens das läuft! Wir machen benötigt sein! Bin zur Stelle, es werden Rekruten benötigt sein! Äh, meine Einheiten hier... Was wünschst du? Vorwärts, Mellor! Trägt seine Gegrüß! Ich geh mal ganz schnell runter! Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt sein! Wir sind bereit! Und... Die kommen auch mal nicht ordentlich her! Äh... Okay! 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 Ich... Wir sind bereit! Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt sein! Es werden Rekruten benötigt sein! Es werden Waffen benötigt sein! Ja! Überraschungen rein! Ich... Ja! Ich... 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 wir stehen zu diensten ich sehe den weg nicht was wünscht ihr der mich komplett anscheinend ja bin zur stelle waffen so da ich jetzt ein nahrungsvolk und die aufstand habe 16 steuern kann ich das mal cool eine botschaft ein erträglich ein erträglich ich hoffe das was ich vorhabe ihr könnt das nicht dort platzieren mein ort ihr könnt das nicht dort platzieren mein ort ihr könnt das nicht dort platzieren mein ort klappt es ein erträglich außer lust wir sind bereiten benötigt sein bin zur stelle guten benötigt sein häuser wollte ich noch mehr hinpflanzen vor allem was für ein tolles wort hinpflanzen wir sind bereit einer für alle ein erträglicher auferlust wir stehen zu diensten wir stehen zu diensten und los wir sind wir haben die musik sein bin zur stelle es werden waffen die musik sein wie sieht es aus hier und natürlich gehen meine eine botschaft wir haben verloren last zum rückzug bogenschützen bereit rücken aus sind auf dem weg ich gehe erstmal hier hin seid gegrüßt nieder mit ihnen wer wollte ich denn gerade wer wollte ich denn gerade wir sind bereit spürt meine klinge sie sind wehrlos die die hier so herumknabbern und dann mal abschießen ach du eure lordschaft wir folgen euch greift an brüder ok und planänderungen wer ist in dem in 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 so mein bogen ist euer kommen hier noch mal zwei tümer hin und natürlich das bekannter mein herr in bewegung rücken aus eure befehle wir werden überfallen euer gnaden wir stehen zu dienst ein erträglich auf uns ihr könnt das nicht dort platzieren mein lord die arbeit wurde eingestellt dieses gebäude ist momentan funktionstüchtig my lord was wünscht ihr seid gegrüßt einer für alle wir sind bereit die während das ganze hier erst mal ab wir folgen euch herr vorwärts männer bin zur stelle es werden es werden waffen sein hier kommt wieder rein äh getreide das muss hier immer aufpassen nicht dass ich doch mal minus auf minus schon auf unter 50 prozent beliebtheit runterkommt das bringt ja mir überhaupt gar nichts ich habe aber wieder ein bisschen nahrung drin plus 12 ja minus 8 nur bei plus 4 plus 4 heißt also 2 das wollte man habe ich immer noch bloß 8 und dann mal ein bisschen weniger ähm wir stehen zu diensten was wünscht ihr seit gegrüßt wir sind bereit ist hochgekurbelt ja können wir weg bin zur stelle wir sind es werden rekruten benötigt sein die nächsten werden dann ein erträglicher verlust bin zur stelle belagerungsgeräte bogen schützen bereit sind auf dem weg in bewegung rücken aus mein bogen ist euer ein weiter weg ein weiter weg hier hin mein herr mein herr ja ich baue einfach hier noch größer und das sollte dann sind auf dem weg schild bereit eure lordschaft ein guter markt euer gnaden es werden rekruten benötigt sein also von gold her habe ich ja theoretisch keine probleme euer gnaden es werden rekruten benötigt sein also was wünscht ihr ein unmögliches ziel hä doch nicht unmöglich bitte wir sind bereit es werden rekruten benötigt sein es werden rekruten benötigt sein es werden rekruten benötigt sein ja ja da haben wir noch ruhe bin zur stelle es werden rekruten benötigt sein ja in bewegung bogenschützen bereit mein herr mein herr mein herr mein herr rücken aus rücken aus sind auf dem weg eure befehle in bewegung wenn die dort stehen bleiben aber nur nicht wissen wo lang dann ist es so das ist wahre macht bin zur stelle danke ok unser werkzeug ist bereit konstruieren belagerungsgeräte ihr könnt das nicht dort platzieren ihr könnt das nicht dort platzieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Euer Gnad. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir folgen euch, Herr. Ein guter Marsch. Wir stehen zu Diensten. Balliste, bereit, my Lord. Die machen noch mal ein paar Schilder. Ähm, ja. Also, was ich jetzt brauche, wir holzfälle hier ein, zwei, drei, drei, vier. Wir können einfach weg. Oh, ja. Es werden Waffen benötigt sein. Schön, dass meine Armee fast die Größe ist. Ihr verlangt viel. Die kommen auch mal hier hin. Die gehen auch mal hier hin. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Dann warte ich noch mal die 44 davon. Ein guter Marsch. Hier können wir helfen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Euer Gnaden. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Was soll konstruiert werden? Was wünscht ihr? So. Unser Werkzeug ist bereit. Ein unmögliches Ziel. Was ist schon? Gebt uns eine Aufgabe. Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir haben mit uns hier mal Steine gegeben. Ich würde sagen, wir geben es in denen auch noch mal ein paar Steine zurück. Konstruieren Belagerungsgeräte. Denn es reicht langsam mit den Steinen. Ich sag mal, guck mal, wie viel Holz wir haben. Viel zu viel Holz. Das ist gerade auch. Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Ein erträglicher Verlust. Wir machen noch mal ein paar Bogenschützen. So. Die erste Armee sind die Schilde. Die zweite sind die Feuerballisten. Als viertes kommen die 100 Bogenschützen. Als viertes. Katapult bereit, mein Lord. Und als viertes. Wir stehen zu diensten. Die. Und als vierte. So. So. Schild bereit, meine Lordschaft. Schildliste. Ja. Katapult bereit, meine Lord. Wir können auf uns zählen. Check mal, das passt schon so. Wir werden überfallen. Schild bereit, eure Lordschaft. Wir sind ja hier als Verpartigung. Hier 51. So. Wir werden hier als Theo-Richt verpassen. Und noch! Bogenschützen bereit. Wir folgen euch, Herr. Einer für alle. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, eure Befehle. Rücken aus. So. Schild bereit, eure Lordschaft. Ein unmögliches Ziel. Balliste. Bin zur Stelle. Katapult bereit. Katapult bereit. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Was ist wahr? Das war gerade dumm. Mega dumm. Bogenschützen bereit. Schild bereit. Balliste. Mein Bogen ist euer. Katapult bereit. Ihr steht. Seid gegrüßt. Katapult bereit. Mein Lord. Mein Herr. Schild bereit. Eure Lordschaft. Wir müssen ja nur hier unten ran. Schild ist neu. Eure Befehle sind auf dem Weg. Katapult bereit, Milord. Katapult wird bewegt. Schild bereit. Balliste. Ich bin zur Stelle. Katapult bereit, Milord. Schild bereit. Eure Lordschaft. Balliste. Bereit, Milord. Schild bereit. Eure Lordschaft. Katapult bereit. Milord. Die schwarzen Mönche sind bereit. Eure Lordschaft. Katapult bereit. Balliste. Schild bereit. Eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Schild wird neu positioniert. Mein Bogen ist teuer. Katapult bereit, Milord. Wir folgen euch, Herr. Vorwärts, Männer. Wir stehen zu diensten. Katapult bereit, Milord. Mein Herr. Balliste ist hochgekommen, Milord. Katapult bereit, Milord. Okay. So gut wie er lebt. Balliste ist hochgekommen, Katapult bereit, Milord. Wie kann ich helfen? Seid gegrüßt. Katapult bereit. Eine Botschaft. Diese Ländereien sind meint. Ich reiß euch die Zunge heraus. Ja. Wir sind bereit. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Hervorragend. Wacklich wie ein Kartenhaus. So gut wie erledigt. Wodenschützen bereit. Es wird krank. Wir folgen euch, Herr. Wir folgen euch, Herr. Wunsch bereit, Milord. So gut wie erledigt. Eine Botschaft, Herr. Odin, verlasst mich jetzt stehen. Wir stehen zu. Wir stehen zu. Wir benötigen Steine. Mein Wunsch, wir benötigen Steine. Ja. Ähm. Meine. Oh. Seid gegrüßt. Ich glaube ich habe ein paar Menschen verloren gerade. Naja, was soll's. Ich glaube meine Verteidigung ist fast schon. Balliste, bereit, Milord. Balliste, bereit. Eine Botschaft, Herr. Das Gelderage von Valhalla erwartet mich. Balliste, bereit. Eure Befehle. Ich bin zur Stelle. Wir benötigen Steine. Die Waffenkammer ist voll, Milord. Ja. Balliste, bereit, Milord. Katapult bereit, Milord. So. Dann habe ich mal gehört, der, ja, Templer, der Heilige, Vollstrecker, möchte mal vollstreckt werden von mir. Denn, er hat lange genug meine Ritte auf mich hergehetzt. So gut wie erledigt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir geben seine Steine wieder. Ich zahle sie in den Heim. Bogenschützen, bereit. Schild, Milord, Balliste, bereit, Milord. Mein Bogen ist euer. Katapult bereit, so gut wie erledigt. Balliste, bereit, Milord. Ist nicht zu Spaß. Wir geben sein Feuer erst mal wieder, was er uns gegeben hat, indem er uns permanent angegriffen hat. Ist voll, Milord. Also ohne Mist. Was anderes kann ich nicht dazu sagen. Katapult bereit, Milord. In Bewegung. Gut, wir haben nur noch 30 Bogenschützen. Katapult bereit, Milord. Katapult wird bewegen. Oh. Bin zur Stelle. Rücken aus. Katapult bereit, Milord. So gut wie erledigt. Mal schauen. Bravo. Wie lange ich der Turm mitgemacht hätte. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Ja. Ja. Sieh ich mir in die Mauern kann. Katapult bereit, Milord. Katapult wird bewegen. Ein Erd. Ich habe ein Bulldeck, gehen wir noch hier hin. Bogenschützen, der Nächste. Bereit, Milord. Katapult bereit, Milord. Wir geben unser Bestes. Keine trägliche Auferlust. Meine Katapulte machen ihren Schock. Sieh zu den Mauern fallen. Keine trägliche Auferlust. Ob das klug ist? Hier zu er. Oh. Wir sind bereit. Und los. Mein Bogen ist euer. Schild bereit, eure Lordschaft. Balliste. Bereit, Milord. Mein Herr. Sind auf dem Weg. Schild bereit, eure Lordschaft. Eure Befehle? Balliste. Die Waffenkammer ist voll, Milord. Schild bereit, eure Lordschaft. Eine Botschaft. Hier hat eine mächtige Armee. Hauptmänner, bebannt die Welle. Eure Lordschaft. Nina mit ihnen. Eine Botschaft. Ja, ein Witz. Diese Zeiten sind nicht gut für uns. Wir folgen euch, Herr. Macht alles nieder, was ihr seht. Einer für alle. Moment mal. So haben wir nicht gewettet. Ja. So haben wir nicht gewettet. So haben wir auf jeden Fall nicht gewettet, Herr Tempo. Denn du hast somit verloren. Mal wieder das Spieltempo niedriger für die nächste Mission. Und ja. Drei Folgen für diese Mission. Ich hab gedacht, es geht viel, viel, viel schneller. Aber wir haben so einige Leute besiegt. Alter. 9500 fast besiegt. Aber wir haben auch knappe 600 Einheiten verloren. Gerade eben das Stückchen. Bei dem Angriff habe ich so einige verloren. Gerade Mönche habe ich verloren. So einige Mönche. Gold. Oh mein Gott. Wie Gold habe ich denn gemacht? Fast 52.000 Gold gemacht. Von 3000 auf 52.000. 40.000 Gold gemacht haben wir noch mal über 100.000 Gold gemacht. Der gelbe Jahr hat 150 mehr als 150.000 Gold gemacht. Der andere Jahr hat 130.000 Gold gemacht. Die haben doch mit 40.000 angefangen, oder? Mit 20. Egal. Auf jeden Fall haben die extrem viel Gold gemacht. Also ihr seht schon. Wenn man zu lange sie warten lässt, ist das schon eklig. Waffenproduktion. Da bin ich jetzt. Hier Waffenproduktion. Hab ich gar nicht mal so viel gemacht? Was? Nur 900? 100.000? Okay. Meine Feuerballisten. Und meine Verteidigung. Und meine Bogenschützen. Also die Verteidigung. Die stande gut. Wie ihr gerade gesehen habt. Also. Was habt ihr gerade eben gesehen? Also. Eher die letzten zwei Parts. Die zwei letzten Parts. Waren ja nur an Verteidigung. 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 Ja. Ehe ich mal so richtig zum Angriff kam. Musste ich abwarten. Bis die Jarls runter kamen. Von ihren hohen Rosten. Aber ihr seht schon. Die hatten ja immer noch Gold, Gold, Gold. Also die konnten wirklich permanent angreifen. Die haben. Der Gelbe hat über 4000 verloren. Der Jarl. Der Orange hatte über 3000 verloren. Aber der Templer nur 1700. Also fast 1800. Fast. Templer hatte natürlich mit bösen Dingen gearbeitet. Mehr mit guten Dingen. Und die Jarls waren neutral. Okay. Ich sag mal okay. Hey. Truppeeinheit. Templer mit am wenigsten. Würde der Templer. Wie der alte Wolf. Ja. Also der Templer soll ja den Wolf ersetzen. Würde der Wolf. Extremst. Also der Templer besser gesagt. Wie der Wolf arbeiten. Also ich weiß nicht warum der Templer außerdem auch fast immer nur die eine Burg benutzt. Hat er nur die eine Burg. Wenn ja. Finde ich das regulär schade. Also nur mit bösen Dingen arbeitet. Und nur. Permanent. Ähm. Ja. Zu schwach. Wirkt. Also er ist schon stark. Ist aber irgendwie in meiner Hinsicht schwach. Weil mit Feuerballisten. Mit einer guten Verteidigung. Selbst an Schwertkämpfern. Äh. Mit Ballisten. Mit. Armbrustschützen alleine. Nur. Man braucht ja dadurch keine Feuerballisten mal. Ist er ja schwach in dem Moment. Wenn man ihn austricksen kann. Dantor. Da hat bisschen was offen. Oder paar Torhäuser nur alleine drum. Äh. Ja schwach. In dem Moment. Ja. Er will an meine Nahrung rankommen. Zum Beispiel. Äh. Muss er erstmal ein Labyrinth laufen. Und da. Hab ich meine Feuerballisten. Meine. Armbrustschützen relativ gut aufgestellt. All und weg. Sind die. Ritter. Oder ähm. Spätkämpfer. Also von daher. Er verliert richtig viel. Gold. Kann er damit auch nicht. Wirklich gut machen. Auch wenn er. Mit am meisten. Gestein. Und. Er hat gar nichts geholt. Hab ich ja mehr Eisen geholt. Alter Schwede. Einer. Der Gelbe hat ja. Extrem viel Eisen geholt. Und. Uff. Ja. Egal. Wir gucken mal. Die Mission 40. Die Dünen. Besteht uns. Bevor. Im nächsten Part. Wir gucken mal. Oh nein. Nein. Wohl. Nein. Das ist nicht mal das. Was ich gedacht hatte. Gerade. Wir haben den Jarl als Verbündeten. Es ist nicht das. Was ich gedacht hatte. Denn diese Mission hatte ich ja schon mal. Da mussten wir auch gegen. Vier Scheiße. Mussten wir da. Nein. Warte mal. Moment. Moment. Es war diese Map. Aber da mussten wir gegen. Den Wüstenräuber antreten. Genau. Da mussten wir gegen den Wüstenräuber. Gegen vier Wüstenräuber. Und da waren wir. Äh. In der Position. Wo. Der Jarl. Jetzt drin ist. Ähm. Angewiesen. Und. Da war. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Wenn das die Map ist. Vier. Gegnerische. Ähm. Wüstenräuber. Umher. Um. Um. Uns herum. Ja. Ähm. Es müsste aber die Map gewesen sein. Wir hatten auch schon diese Map gespielt. Wo. Oh. Jetzt fangen wir jetzt mal mit 4000 Gold an. Und die Scheiche mit nur 2000. Okay. Interessant. Auf jeden Fall. Gegen vier Scheiche. Feuerteufel ohnehin. Ohne Nahrung. Sind die so gut wie raus. Ohne Steinbrüche sind die auch so gut wie raus. Also. Also. Planest. Es. So viele Bogenschützen wie nur möglich. Zu holen. Äh. Ich glaube hier waren sehr viele Bäume da. Äh. Auch. Löwen sind da. Relativ. Äh. Mal schauen. Ähm. Ja. 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 Bogenschützen. Theoretisch. Also. Wenn ich mich recht erinnere. Sind die. Ja. Äh. Scheichs. Auf. Oat angewiesen. Gibt's nicht. Sind sie schon mal. Tot. Kann man so sagen. Müssen sie immer. Kaufen. 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 Das ist das Problem bei denen. Und ob die. Oat oder. Ähm. Getreide kaufen. Bin ich mir unsicher. Es gibt kein Pech. Müssen sie sich auch kaufen. Starten mit 2000 Gold. Mir zwei. Egal. Und ich starten mit 4000. Ich kann. Ganz schnell. Gute Dinge. Ähm. Bauen. Ähm. Plus. Ähm. Religion. Noch. Und ich hab. Keine Probleme. Ein paar Bäume. Sollten ja. Bei mir. Da stehen. Hoffentlich. Ich hoffe. Dass wir. Mit sehr viel. Gestein anfangen. Und dass ich. Tatsächlich. Dort unten mehr Platz hab. Aber das. In der nächsten Folge. Ich werde jetzt. Wirklich. Eine Woche lang. Gar nichts mehr aufnehmen. Denn. Puh. Ich bin fix und fertig. Wir hatten. Einen guten Lauf. Auf jeden Fall. Ich hatte. Einen guten Lauf. In der Nacht. Ähm. mehr Sinn von der Mission. 36. Oder. Moment. Wir hatten. Ja. Äh. Die Mission. War das die Mission? Na. Ja. Also. Der Abstieg. Noch mal. Probiert. Ähm. Ähm. Aber. Diesmal. Nur. Den. Clown. Prinz. Schon. Eingesperrt. Sonst. Hätten wir. Hier. Ähm. Nie. Geschafft. Äh. Gegen. Zwei. Jarls. Und. Gegen. Zwei. Prinz. Schon. Äh. Hätten wir. Nie. Und. Nimmer. Geschafft. Und. Ich merke. Gerade. Ich bin. So. Dusrig. Ich muss. Mal. Was. Trinken. Sonst. Uh. Mir ist auch. Extrem. Warm. Gerade. Das ist gut. Trotzdem ist es mir extrem warm. Vielleicht habe ich Hunger. Deswegen. Bin mir gerade unsicher. Ähm. Naja. Auf jeden Fall. Müssen. Oder muss ich auf jeden Fall mal drauf achten. Dass ich nicht so viele Gegner einsperre. Aber. Gerade eben. Also. Das Inferno war ja mega. Esel. Esel. Hast gehört. Mission beenden. Also. Das Inferno. Ja. War mega cool. Äh. Muss man gegen zwei Großvisiere antreten. Äh. Gegen drei. Was ich gesagt. Und zwei direkt neben uns. Das. War auch mega cool. Ähm. Roter Himmel. Hatten wir gerade im Bestritten. War mega cool. Und. Die Dünen. Ja. Die Dünen. Werden wir im nächsten Part. Auf jeden Fall machen. Ähm. Das wird wahrscheinlich auch. Mega entspannt werden. Entspannter. Weil. Wir haben mehr Gold. Wir müssen. Wir müssen. Keine Angst haben. Dass die. So schnell. Uns weg. Rushen. Mit Streitkorn. Kämpfern. Oder. Was die auch. Immer. Benutzen. Gut. Ja. Zu unterstützen. Wird schwierig. Mit Gestein. Beziehungsweise. Mit Holz. Mit Eisen. Das wird schwierig. Auf der Map. Müssen wir mal schauen. Wie die Map. Aufgebaut ist. Weil ich sehe. Gerade. Hier oben. Die haben Eisen. Die haben Gestein. Bestimmt. Das wird problematisch. Hier ist bisschen Gestein. Also. Müssen wir den gelben. Äh. Weghauen. Wurde den Lina nennt. Dass wir. Selbst Gestein bekommen. Weil. Hier unten. Wir haben. Überhaupt. Gar nichts. Naja. Egal. Das werden wir. Im nächsten Part. Auf jeden Fall. Sehen. Ich würde sagen. Wir sehen uns. Wieder im nächsten Part. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao.